Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Game spiele ich Ilawi auf der Top-Lane. Mit dabei ist heute der Julian und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Okay, dann wohl noch mal. Let's go. Hey ho, let's go. Dann komm ich mal zu dir. Chugat Jungle. Kann ganz geil sein. Chugat ist krank. Habt ab dem letztens gespielt, wow. 300 AP, 8000 Leben, 100 Resistenzen oder 150 Resistenzen. Ich war der Ober-Tank. Ich konnte gar nix machen dagegen. Also wirklich gar nix. Oh. Ja. Viele der würdigen Seelen finden einen... Die Basalen sind erschienen. Na gut. Musst du glaub ich die Kuh hochskillen, oder? Ja. Ey, ich glaub die eh was auch. Eigentlich gut. Ja. Keine Ahnung. Ich aber. Ist zwar first time, aber sowas guck ich mir vorher schon an. Ah, die Fjord hat aber Schiss. Nooo. Ingenieur. Äh, mit einem Gin. Ja, aber der Chugat war direkt da. So. Ja. Level 2 Gang und Blitzcrank, oh Gott. Ja. Hab ich dich gesehen. Bestimmt Pre-Mate. Hm. Schön gemacht. Ja, mit... Warcam Early ist so ne Sache nur. Ja. Ich komm halt super durch, so ohne irgendetwas, aber... Hm. Danach. Brauch halt erstmal so mein Level 6, damit ich was machen kann. Oder irgendjemand... Hat mein Red Buff genommen, wirklich? Auch noch? Was? Ja. Der hat mein Red genommen. Oh. Hat niemand gewarded und dann... war er weg. Nun weißt du auch warum der so schnell da war und den Kill geholt hat. Er hat wahrscheinlich einfach bei meinem Red Buff gestartet, kann ich mir vorstellen. Die wollten invaden, klar. Mit Blitzcrank haben wir gesehen, da ist keiner. Hat er niemand aufgepasst? Mhm. Hätte die Oriane nämlich machen können. Einfach hier mal ein Watt hinsch... hinsch... hier oben. Jetzt schon was irgendwo low hier. Oh ne, leider. 4 ist low. Was ist mit 4? Ist low. Deswegen. Habe nämlich die Blutspur. Die ist bis zu verdrehen. Achso. Es ist echt nervig. Wenn ihr hier immerhin auf der Karte... Los. Habe ich direkt die Blutspur. Ach, schon wieder ist das hier. Aber jetzt so ein absehwegs. Okay. Ich geh mal Botlane. Ich hab ihn kill. Juhu. Ach, ich gelohnt. Drake. Kommt er? Ah, ist er behindert? Ich weiß nicht. Komm her! Komm her! Wir sind geistig gestört. Das hat jetzt echt nichts gebracht auf der Botlane. Nur die seine Kill. Wir haben nichts gekriegt dafür. Geh ich mal mitlemmen nochmal. Wir haben nichts gekriegt dafür. Geh ich mal mitlemmen nochmal. Und... 4 Kills haben wir jetzt gehabt. 4 Kills haben wir jetzt gehabt. Das war gut. Dann komm ich gleich nochmal Toplane le- Wenn ich Level 6 bin. Dann läuft das Toplane auch. Toplane läuft. Tank. Warwick. Da kann ich mich nicht beschweren hier oben. Heißt. Zu kämpfen. Gut, hab jetzt einmal in grau gesmitalt. Jetzt geh ich back. Gut. Jo got a slow, oder? Ne, let's crank. Was ist hier? Ja. Was? Oh. Du musst einfach olden jetzt. Das ist krass. Ich will damage mich. Good job. Das ist so gut. I damage mich. What? Oh, das... Das hat sie gut gemacht. Ich komme. Nicht gut genug. Komm ich komme, ich komme. Lauf einfach weg. Mach keinen Sinn. Klar. Ich sehe lecker ziehen. Nice. Weißt du, war sogar meiner? Ja, wegen den Dingens da. Ja. Herr Parkl. Ja. Ich hab sie noch geführt, dann konnte sie auch nicht rausgehen. Ich will jetzt auch ein bisschen trainieren. Ja, das soll mein neuer Main-Top-Laner werden. Wenn ich mal nicht in meinen Jungle komme. Oh, und ich hab mal Red Buff. Jam, 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 jam. Blau ist ja auch sehr stark. Auf jeden Fall. Jetzt hab ich auch gut. Wer ist hier low? Wer ist hier low? Oh, Bottlinger wieder. Kann das nicht mal jemand sein, den ich erreichen kann? Hehe. Hm. Ach doch, komm. Ich warte das bisschen Gold. Ich muss jetzt ja erstmal ein bisschen pushen. Ah, schon geil mit der Wild. Umso mehr du drinnen stehst. Später, wenn man dann noch die Selbstheilung hat. Hm. Also hier durch, du, ich tanzt das Todes, ist das richtig geil. Das ist ja auch AD-lastig, ne? Ich komm mal zu dir. Ich komm zu dir. Ja, ich bin auch noch nicht da. Mitten ist die 4 da. Ja, kommst du? Lass du doch weglaufen. Okay. Ich komm da eh nicht hinterher. Die würde da hochflashen, oder? Okay. So, ich würde wenigstens ein bisschen free fahren. Okay. Gut. Hab jetzt schon mein Jungle-Item ausgebaut. Nice. Oh, der Joker hat es richtig weisert. weit hinten. Das ist nice. 19 Fahrer und 2 Tote. Der soll doch nicht auf der Bottlin rumgammeln. Nein, ich falle richtig verdammt. Okay. Haha. Also Eloi macht mir richtig Spaß. Gut. Ersten hätte ich. Oh, Joker top. Zweiten hab ich. Nice. Mein Ersten ADC. Er wird sowieso irgendwann rausgefokust werden. Aber ist gut, die Bottlin gewinnt. Gut. Dann geh ich jetzt nochmal mitleihen, einen. So, und ich geh erstmal back. Ich hab meine Tentakeln am Tower. Das ist echt geil. Ich laufe von dem Minion-Tal weg. Sehr lustig. Also von dem Schuss von den Minions da. Ich bin einfach schneller gewesen als der Minions-Schuss. Ich komm top rein. Oder? Ah! Also könnten sie diven in 14 Sekunden, hab ich hold. Ja, das ist egal. Du. Komm. Jetzt kennen wir sie einfach. Du. 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 Wie. Du. 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 W tryin'. Spricht. Ich verstehe. Annen Sie. Ich kann eben auch kein Stamm today sein. Das ist wirklich ultimaaligkeit. Wollen wir mal kurz Herald machen? Ich versuche erstmal dem Jhin zu helfen. Ok, ich hab's aufgegeben. Ich komme runter zu dir. Krankschirmarm, ok? Jo. Oh, obwohl in der Mitte. Oder sollte man hier? Ich weiß noch, was das alles ein. Hm, aber ich glaube, die reißen uns eh alles ein. Aber könnten wir vielleicht da was machen. Ah, Mist. Gut. Ok. Wir müssen uns getebt, oder? Ja. Ja. Ja, die Vayne ist halt zu lange hergecheckt. Ich hätte das bestimmt gekillt. Ah, ich muss jetzt erstmal base. Ohne Mana nix los hier. Was ist blöd, ich kann meine Ulti als für so viele tolle Sachen einsetzen. Zum töten. Zum töten wär gut. Oh, ich geh mal wieder top hoch. Ey. Really? Der stirbt doch sowieso. Bringt ihm doch nixes. No. Oh. Egal. Oh, ich geh mal Mitte. Ah. F.U.R.O.S. auf die selbe Idee gekommen. Die sind dumm. Die sind dumm. Was? Underfield. Das hat bestimmt. Das hat bestimmt. Naja, egal. Mist. Hab ich mich schön grabben lassen eben. Ich glaub wir sollten wir nicht reingehen. Weiß nicht. Ne. Ich sowieso nicht. Ich hab niedriges Fahner. Keine Ult. Warte mal, ich geh mal weg. Ich hab auch Ulti. Äh, Teleport von Notfall. Was ist die Dio, ey? Stop flame jetzt. Ja. Nervt mich einfach mal. Ja, und das geflame nervt mich. Ja, tut mir leid. Gut. Also weiter so. Das Dingeln haben wir in der Kiste. Das ist so. Das ist halt so dumm. Ich, ich rette ihn und... Ja, ja. Solche Leute musst du lassen. Das hast du immer wieder. Ja. Ganz ehrlich. Musst du mal über das Ding gehen lassen. Einfach muten. Ja. Ist glücklich so. Ich geh botleinen pushen. Okay, mach das. Drake ist auch in 7 wieder da. Beim Bait mute ich auch schon mal. Nein. Scheiße, 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 scheiße. Ah, ah. Puh. Ja, was meinst du? Wie viele Rankeds? Ich früher durch so'n Kram verloren hab, weil ich darauf eingegangen bin. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Ja. Jetzt waren wir halt unten. Der Blitzcrunk hat mich gehuckt. Unter dem Tower. Dann haben sie gefeilt und sind alle gestorben. In uns schläft etwas in uns, was nur gelbend erwacht. Ahem. Tor. Ich versuch's einfach. Ja. Sieinté! Die. Oh dammit. Okay, das war jetzt auch nicht so schlau von mir. Ah, die Vayne, die scheint auch schon ganz schön fett zu sein. Ja, acht vier jetzt. Hm, ich sag ja, Botland. Obwohl, nur da hat sie die aber nicht, ja. Ah, die hat's. Dieben. Oh, du hast den Reichen. Sehr gut. Ja. Super gemacht. Das ist der Typ Rfk. Naja, mal lassen. Ja. Das können wir auch zu viert gewinnen. Hm. Fehlt da noch so ein bisschen Damage von hinten. Naja, da ist er auch wieder. Ja, aber wir haben eine Oriana. Das ist schlecht. Alter, Alter. Oh Leute, das hab ich auch gefällt. Ja. Er hat mich gerettet irgendwo. Oh. Ähm. Haben die überhaupt AP? Wir haben keinen AP, aber ich glaub ich brauch trotzdem... Ich glaub ich brauch... Ah doch, Jogart. Aber... bestimmt Jogart. Ich weiß nicht. Ich muss mal komplett angehen. Hallo? Ne, ein bisschen zu weit. Ja, was? Oh, mein EZ war grad weg. Komplett. Ich hab nix mehr gehört. Ich hab nix mehr gehört. DC oder so hat's dir aber nicht. Hm? DC hat's dir aber nicht. Nee, aber mein... Ich hab nix mehr gehört. Mein Spieler... In meinem Schwer hat's dir auch nix getan. Oh ja. Komisch. Als ob! Vio kommt von hinten. Oh, ich hab die gut angehört. Nice. Nice. Ich habe keine Ult, gar nichts. Woher hat er geholfen? Ja, nice. Ja. Ja. Schade, dass die Landingphase so früh vorbei war. Also relativ. Da lief es nämlich richtig gut. Ja, die Vane ist halt so gefisert jetzt schon. Das ist das Problem. Eigentlich lief die Botlane auch gut. Stand 3-1 meiner Gym. Eigentlich geh wieder top rüber. Du solltest mit und mit groupen. Ja. Sollte jetzt aber, glaube ich, erstmal Base gehen. Nein, ich glaube, ich sollte da bleiben. Ja. Gold, 1.100 Gold habe. Gut, dann geht das erstmal Back. Die Ult würde ich, glaube ich, nur am allernötigsten finden. Weil mit der können wir halt super gut Teamfighten. Ja. Mit deinem Ult. Ist richtig gut. Schade. Ist doch toll die Ori. Ja. Ich bin ein Z. Ich stehe jetzt schon wieder. Das muss doch mal so sein, ey. Ich kann einen Durchbrüche. Oh, die Fiori. Oh, die Fiori. Kannst du die Fiori? Jo. Sehr gut. Ja gut. Könnt ihr jetzt zu euch kommen? Musst du auch kommen. Gott. Ja, ich komme. Kann sein, dass ihr irgendwo von hinten kommt. Fio, alles klar. Mein Deutsch. Ne, kommt nicht. Oh, noch ein bisschen Geld. Ich auch. Für die Krabbe. Oh, 100. Oh, leu. Scheiße, ich habe keinen Mann mehr. Oder wenig. Oh, leu. Oh, leu. Oh, leu. Oh, leu. Oh, leu. Oh, leu. Ich komme. Ah, Fio geht, glaube ich, wieder top. Wir brauchen jetzt erstmal eine Drake. Ja, Fio geht wieder top. Ja, weil wir gehen zu euch. Ich komme mit zum Drake. Wir sollten jetzt erstmal versuchen, nicht zu sterben. Nein. Oh, leu. Oh, leu. Oh, leu. Ist das weiter? Aber das ist ja gut aus. Oh, leu. Oh, leu. Oh, leu. Oh, leu. Oh, leu. Oh, leu. Jetzt gehe ich zum Drake. Äh, ich brauche erstmal einen Blue-Waff, weil sonst... Ja, brauchst du nicht. Komm, Drake. Nimm die Pflanzen noch kurz. Ich kann den auch trinken. Für Mana. Ja, für Mana. Außer, guck mal, Jinn hat einen Blue-Waff. Stimmt. Also, entweder der unserer oder der von... Ja, unserer ist weg. Kann ich mir einen Red holen? Mal so eiskalt. Äh... Ich hätte den auch gerne. Oh, ne. Wir fighten doch. Ich brauche mir ja sein Teil hier kaputt. Shit. Oh, ich komm da nicht dran. Komm da an, der will nicht dran. Oh, scheiße, Pio. Top. Die hört nicht auf zu Split-Pushen, ey. Das geht mir langsam ein bisschen auf Arft. Ja. Guck mal, die hat... Ist einem keinen einzigen Kill beteiligt gewesen. Ey, jetzt hab ich einen Blue. Wirklich, die... Ja, siehste, so einfach geht's. Ich erzittere nicht. Du was sag ich, ich mach jetzt einfach noch ein Blue. Hm. Ich bleibe nicht stehen. Wozu? Das ist dann doch da Uri. Hm, okay. Was soll das? Nein. Gut. Jetzt hab ich noch mal das Feuerherzinkommen. In der Geistessicht. Boah, das war knapp bei dir da. Ja. Ich krieg das manchmal auch hin. Die Leute stehen im Busch drin. Und ich kann mich trotzdem backpotten. Das ist echt lustig. Ja, weil sie nicht so ne Reaktionszeit haben. Ja, weil sie nicht so ne Reaktionszeit haben. Fio ist bei mir. Ich komm aber auch zurück. Groop. Nice. Ich lasche. Oh. Boah, weckers. Ich geb Hotline. Boah, das ist lustig. 12-0. Ja, lustig sehr. Die Vayne ist ja nicht schlecht. Die lässt sich catchen. Dann ist sie schlecht. Und sie hat das Problem, dass niemand vor ihr steht. Sie ist immer hier in der Frontline. Ja, das ist dann halt die Frage. Sie liegt dann an mir oder an ihrem Team. Weiß nicht. Das ist die Frage. So. Wo ich mir jetzt den Blue Wolf hier glaube ich. Der da ist. Das ist ein riesen Fehler, den du machst. Viel zu sehr auf die Buffs konzentrieren. Das ist ein riesen Fehler, den du machst. Ja, gegen so einen gefielten Warwick, da macht sie nicht mehr viel. Ja, aber die schon. Nein. Oh mein Gott. Ein Auto hätte ich. Schade. Mein erster Tod. Ja. Ja. Das war mal ein schönes Zusatz, aber... Die Türmen sind viel wichtiger. Die Titaten Schilder ist echt so krank. Ja. Die machen halt einfach... Die... Rain macht da gar nichts dagegen. Jetzt hole ich mir aber trotzdem deinen Wert. Wie war das aber heute? Buffs? Ja, ja. Weil er halt nicht so wichtig ist. Weißt du? Deswegen kann ich mir den ja holen. Ja, ja, ja. Wir haben überhaupt keine Worts, ey. Ja, ja, ja. Ich brauche mal ein anderes Wort hier. Bilder. Hoho. Was kommt denn da? Ein Z. Ein Z-E-D. Ihr wollt euch doch nicht mit Tanki-Lowie anlegen, oder? Oder mit Tank-Rowick. Der... Die Veen... Two-Shotten mit zwei Qs. Guck und wenn. Ja. So. Ich gucke, wenn ich so ein bisschen mit- Witzcrank hier hin... Mhm. Hast du's gesehen? Das ist das geile Feature von der Q, du. Weil, wenn... Der... Set der hat sich in der W gemacht. Und dann hat sich ein Teleport. Ich bin mit ihm Teleportern. Ja. Das ist richtig cool. So, na, könntest du es nochmal? Ne, könntest du es nicht mehr aufhalten. Das war's. Yay! Erstes Spiel mit Illaoi und erstes Sieg, ne? Nur ein bisschen tanken. Der Turret macht ja auch keinen Schaden. Wohin bist du da? Ne, schafft sie nicht. Geht der einfach stehen? Oh, komm, ich bin gerade. Ich wollte nochmal meine Ulzen. Ja, und wie schon gesagt, das war jetzt First Time Illaoi Toplane. Und ich glaube, ich werde sie jetzt des Öfteren mal ausprobieren. Und hoffe, ihr schaut auch dann wieder rein. In diesem Sinne, bis bald. Euer Ram. Okay. 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 Okay.